Wir von Nockfleisch vermarkten in unserer Region schon seit 15 Jahren unsere Produkte hier regional. Die österreichweite Markengemeinschaft mit den Genussregionen hat uns die Möglichkeit gegeben, unsere Produkte und Dienstleistungen auch über unseren regionalen Bereich hinaus bekannt zu machen. Als Beispiel kann ich nur angeben, dass Leute bei ihrem Urlaub ganz bewusst bei uns das Nockberger Almrind als Marke der Genussregion eingekauft haben. Es ist uns ein Anliegen, dass wir auch weiter auf dieser Marke aufbauen können.